Im Jahre 1940 brachen die Walt Disney Studios das Meisterwerk Phantasia heraus. Walt Disney selbst war damals übrigens nicht einmal 40 Jahre alt. Der Film ist ein zweistündiges Musikvideo, in heutigen Begriffen mit klassischer Musik und verschiedenen selbstständigen Szenen, die teils das bebildern, wie ich mir einen LSD-Trip vorstelle. In der dritten Szene hören wir Musik des Komponisten Paul Ducat, sehr erzählerisch. Dazu sehen wir als Handlung eine wortlose Story mit Mickey Mouse. Die Handlung ist wortlos, nur göttliche Musik, doch wir sehen folgendes. Das Anthropomorphe Disney-Nagetier steht offenbar als Lehrling in den Diensten eines zaubernden Meisters und muss schwere Wassereimer schleppen, was denkbar anstrengend ist. Einmal aber ist der Zaubermeister müde und zieht sich zurück, lässt aber seinen magischen Zauberhut da. Versehentlich? Hm. Die Maus setzt sich den Zauberhut auf und verzaubert einen Besen, auf das dieser an ihrer Stelle die Wassereimer schleppt. Gezaubert getan, die Maus dirigiert den wasserholenden Besen vom komfortablen Meisterthron aus und schläft prompt darauf ein. Die Maus träumt wilde Träume voller Sterne und Asteroidenschauer und dann träumt die Maus von wildem Wasser und hochspritzenden Wellen. Doch herje, die geträumten Wasser haben eine sehr reale Ursache. Während die Maus schläft, bringt der Besen immer weiter und weiter Wasser heran. Der Keller läuft voll, das Mobiliar treibt im Raum umher und der Besen bringt immer mehr Wasser. Die Maus will den Besen aufhalten, doch vergebens. Der Besen schleppt Eimer für Eimer mehr Wasser heran. Die Maus greift sich eine Axt, schlägt den Besen in zwei und zerhackt ihn in kleine Holzscheite. Huff, geschafft, oder? Nein, keineswegs. Die kleinen Holzscheite werden selbst so kleinen Besen eine Armee kleiner, wasserbringender Besenwesen. Die Maus schwimmt, sie droht zu ertrinken, die Wasserschwelle dann. Die Maus sucht im großen Zauberbuch nach dem magischen Wort, um den Spuk zu beenden. Es will nicht gelingen, dann endlich ist der alte Zaubermeister plötzlich wieder da. Wie Moses teilt er die Wasser, hält die kleinen Besen und damit das Wasser auf. Schüchtern gibt die kleine Maus nun Zauberhut und den wieder heilen Besen zurück. Das Mäuslein greift sich wieder die Eimer, um wieder ihren Mausejob zu tun und selbst mühsam Wasser zu schleppen. Soweit also diese Parabel. Die übliche Lehre, die man aus dieser Geschichte zieht, lautet ja, dass der Mensch darauf achten soll, ob er die Geister, die er rief, auch wirklich beherrschen kann. Der verzauberte Besen, dessen Macht sich nicht mehr einhegen lässt als Sinnbild für Technologien von Mobiltelefon bis Atombombe. Man könnte ja darauf hinweisen, dass das Problem mit der Unbeherrschbarkeit vielleicht nicht in der Technologie selbst liegt, sondern in der menschlichen Psyche. Nun, in der Geschichte tritt dann der Meister als alte Autorität auf, die gnädig wieder die Kontrolle übernimmt, wenn die kleine Maus sich übernommen hat. Soweit so bekannt. Ich aber kann nicht anders, als mich nach der genauen Rolle des Meisters zu fragen und nach seinen möglichen Absichten. Wenn der Zaubermeister so klug und weise ist, warum hat er dem Lehrling die Möglichkeit gelassen, solche Verwüstung anzurichten? Hat der alte Meister dem Lehrling womöglich eine Falle gestellt? Zum Schluss ist der Meister ja der große Gewinner. Er hat seine Autorität gestärkt. Der Lehrling ist gedemütigt und wird auf absehbare Zeit keinen eigenen Gedanken mehr ausprobieren. Was soll der Lehrling hier gelernt haben? Dass es gefährlich ist, eigene Initiative zu ergreifen? Wie sehr vertraut ihr dem Meister, das nicht alles selbst eingefädelt zu haben? Die Geschichte von der Maus und dem verzauberten Besen hat manchen anderen Dichter zu eigenen Variationen inspiriert, auch in Good Old Germany. Eine deutsche Variation dieser lustigen Geschichte will ich heute vortragen. Und zwar von Johann Wolfgang von Goethe, der Zauberlehrling. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben, und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Worte und Werke merkt ich, und dem Brauch und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sicher gieße. Und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen, bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen. Auf zwei Beinen stehe, oben sei ein Kopf, eile nun und gehe mit dem Wassertopf. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sicher gieße. Seht, er läuft zum Ufer nieder, wahrlich ist schon an dem Flusse, und mit Blitzesschnelle wieder ist er hier mit raschem Gusse, schon zum zweiten Mal, wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt. Äh, äh, stehe, stehe, denn wir haben deine Gaben voll gemessen. Ach, ich merke es, weh, weh, hab ich doch das Wort vergessen, ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt Behände, wärst du doch der alte Besen. Immer neue Güsse bringt er schnell herein, ach, und hundert Flüsse stürzen auf mich ein. Nein, nicht länger, kann ich's lassen, will ihn fassen, das ist Tücke. Ach, nun wird mir immer bänger, welche Mine, welche Blicke. Oh, du Ausgeburt der Hölle, soll das ganze Haus ersaufen? Sehe ich über jede Schwelle doch schon Wasserströme laufen. Ein verruchter Besen, der nicht hören will. Stock, der du gewesen, steh doch wieder still. Willst's am Ende gar nicht lassen? Will dich fassen, will dich halten, und das alte Holz behände mit dem scharfen Beile spalten. Seht, da kommt er schleppend wieder. Wie ich mich nur auf dich werfe, gleich, oh Kobold, liegst du nieder. Krachend trifft die glatte Schärfe. Wahrlich brav getroffen, seht, er ist in zwei. Und nun kann ich hoffen, und ich atme frei. Wehe, 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 beide Teile stehen in Eile schon als Knechte völlig fertig in die Höhe. Helf mir, ach, ihr hohen Mächte! Und sie laufen, nass und nässer, wird's im Saal und auf den Stufen welch entsässliches Gewässer. Herr und Meister, hör mich rufen. Ach, da kommt der Meister. Herr, die Not ist groß, die ich rief. Die Geister, werd ich nun nicht los. In die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen. Denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor, der alte Meister. So viel für heute, Freunde. Danke, dass ihr hier mit mir diesen Spaß an alten Geschichten teilt. Ob von Disney oder von Goethe. Ich wünsche uns, dass die Meister, die uns retten wollen, es halbwegs ehrlich meinen. Ich danke euch für eure regelmäßige Unterstützung. Ihr seid wahrlich zauberhafte Menschen voller Fantasie und Güte. Möge ein jeder eurer Zaubersprüche gelingen. Ich danke euch! Vielen Dank.